Es wird ein bisschen schwieriger, weil die ja jetzt hier nicht in den Fallen getappt sind. Wir müssen echt hier den Vorwurf erstmal ordentlich zu machen. Komm, komm zurück. Ah, ist gestorben. Warum stehst du hier unten? Ich will den da auswählen, aber... Ah, jetzt. Ich geh mal aus der Tür raus. Okay, warte mal. Das sind hier ein bisschen fester am Knubbeln, das ist nicht doof. Oh, der Runenbrief ist da hier hinten. Kriegen wir den noch rein? Wahrscheinlich nicht. Oh, vielleicht... Oh, vielleicht... Die einen wollen rein, die anderen wollen raus. Das ist zum Beispiel ein bisschen schwierig. Oh, der König... Oh, oh, oh. Der muss jetzt erstmal rein. Ja, jetzt haben wir schon... Wir haben schon gewonnen. Hui. Das kann ich so haben los. Na, die sind da wieder ein bisschen verpackt. Okay, hier wird nachproduziert. Das ist gut. Wir haben halt die Hälfte da unten stehen. Okay. Okay. Jetzt haben wir mal die Wumpfriesen ein bisschen ausbauen, da würde ich auch welche nachproduzieren und Gold schürfen, wir brauchen hier zwar keinen Platz aber hier ist halt noch Gold. Gehen wir eins runter, dann bauen wir, dann können wir rein sparen, so mit denen, gehen wir jetzt mal hier hin und dann machen wir hier frei und so machen wir das jetzt zuerst. Oh, da kommt noch eine Gruppe, die will ich gar nicht. Die könnte direkt wieder rauf gehen. Vergesst uns zu sperren. Ist der König? Ach da. Ja. 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 Jetzt geht's weiter, ok, hier wird schon ein Problem. Sehr schön. Da geht ein bisschen zu viel auf die Nase gerade. Oh, wir können Fallen bauen. Wir sollten auch bauen. Machen wir das mal hier. Und dann fällt so eine hier hin. So. Hm. Ich denke mal das Ding ist tot. Steht da noch so rum. Ah, hier geht es weiter runter. Alles. Und hier im Gold. Dann schicken wir die Müll wieder Raubfalle. Laufen die jetzt hin? Hä? Okay, da kommen die Feinde schon. Wir sind wieder von da am Anmaschinen. Dann fände ich eigentlich so. Ne. Doch könnte ich, wenn ich eine Pfalle abreiße. Dann machen wir hier mal so eine Pfalle hin. So. 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 schon Du musst ein bisschen aufpassen, dass die Fancamper nicht vorlaufen Oh, da ist der König wieder Stehen wir nicht im Weg, ja puh, ok, dann kommt raus, Glück gehabt Das ist unbedacht Das kann schief gehen So, das klappt ganz gut Solange wir sie in die Fallen reindrehen Das ist echt eine ganz gute Möglichkeit Das ist ein komischer Bug, dass die dann immer weiter schießen, die Die Schützen Das gibt doch Schlimmeres So Jetzt schicke ich gleich mal wieder welche runter Kann sich hier versammeln Dann kann man da oben Wir könnten natürlich auch mal hier weiter bauen Aber erstmal will ich, bevor ich es wieder vergesse Hier mehr Fallen aufstellen Da und Mal eine Falle So, oder? So Genau Wird hier noch produziert? Ne Dann bauen wir hier mal wieder welche nach So Und wir sollten unten mal eine Kaserne bauen Und zur Sicherheit Haben wir hier ein Erlebnis? Wo ist das Haus? Dann baue ich hier mal eine Kaserne hin Oder Baracken Und wir haben noch keine Berserker Das ist mir gar nicht aufgefallen Jetzt sollten wir aber oben hin bauen Sondern Nicht was anderes Ich baue hier nochmal Ich baue ich hier die Berserkerhalle hin Machen wir so hin Dann bauen wir hier nochmal eine Baracke hin Machen wir die auch Machen wir die so Warte Wenn das weg ist So Dann haben wir hier Backup Und dann bauen wir unten Später noch eine Baracke irgendwann hin Vielleicht Machen wir die ну Ich brauche die ja lige Mh Die kann man fortunately Die kann man Verlettern Das war's. Das finde ich ganz gut. Das gilt für alle. Genau, hier kommen die an und dann buddeln wir hier irgendwo durch. Genau, in Schienen wollte ich bauen. Das ist eine Station, die kann auch weiter hier sein. Dann bauen wir hier weiter Schienen rüber. Schade, dass die Militäreinheiten nicht mit den Schienen fahren. Das wäre noch gut. Könnte man die viel schneller von A nach B schicken. So, jetzt haben wir hier die Gruppe. Vielleicht erst mal wieder und die können jetzt vorne hin. Und was bringt das hier eigentlich? Prestige, glaube ich. Äh, was möchte ich machen? Hier ist der Abwärtsgang. Hier sammeln die sich. Ich überlege gerade, ob ich hier einen Postel dann hinsetze. Dann kann ich es gerade eh nicht. Dann machen wir den Durchbruch hier gleich. Dann ist es gemacht. So gut, wenn ich alle Militäreinheiten, die auf dem Bildschirm sind, anwählen könnte. So, das ist noch gecliert. Dann schicken wir die gleich mal wieder auf. Wir haben hier zwar noch Truppen, aber sicher ist sicher. So, was zum Forschen haben wir hier nicht mehr. Und Geld. Dann sind wir hier nicht mehr. Machen wir das mal so und ich würde hier, jetzt will ich gerade euch die Toren machen, weil es von unten was hoch will, kann ich hier besser verteidigen. Dafür brauchen wir Kohle. Ich mache gerade wenig Gold. Das wäre wirklich gut. Es haben relativ viele Äxte, es gibt zwar auch Hämmerträger, aber... Warte, ne, genau das würde ich nicht machen. Hier haben wir ein Lichtchen. Ok, jetzt kommen schon wieder Feinde von unten. Falle, Falle, Falle. Machen wir hier mal eine Blitzfalle hin. Hier eine Feuerfalle bleibt. So, alle Zwerge... ...ausmarschieren. ...ausmarschieren. ... ...